früher hier der hotspot wirklich hier war früher so viel los das ist das könnte das kann man gar nicht beschreiben freund wirklich dass das geht einfach nicht und dass solche massen an spielern hier waren alleine an diesem sport waren teilweise bestimmt 20 leute auf jedem channel das war wirklich extrem naja so viel ist aber echt nicht mehr am start können hier auch gleich noch mal schauen wobei jetzt hier wieder die flugsverbotszone ist ob ihr in dieser pumpkin town leute sind war da war früher auch einiges los schön bei den red mantis gelevelt ist wie ich freunde es ist ein nostalgischer ausflug gerade aber sowas ähnliches habe ich auch für ein paar 200 vor aber da verrate ich jetzt noch nicht mehr wie gesagt sonst würde ich euch ja komplett raus bollern hier aber was das denn hier leute war ich noch nie tatsächlich aber was ist das denn ich war hier wirklich noch nicht das ist mir noch nie aufgefallen spielflüsse jetzt seit weiß ich nicht bald zehn jahren ist mir noch nie aufgefallen aber freund diese musik ne hier habe ich auch gelevelt mein gott über diese über den gegel boxen ne hier war auch so ein richtiger hotspot wirklich die kisten haben nämlich also die giant kisten die haben früher immer dingens gejobbt hier geabte ringe und die waren damals extrem viel wert wenn ihr ein arek plus 1 oder plus 2 hatte freunde war das schon extrem babo dann wart ihr schon quasi komplett reich tja aber so ist hier echt komplett tote hose ne ist scheiße freunde wirklich ist wirklich doof also wirklich alles so wenig hier geworden ist so wir werden jetzt die richtung antreten freuen und dann werden wir auch gleich schluss machen heute denn ich habe richtig hunger und ich höre schon und rieche schon das essen gemacht wird und ich freue mich richtig auf essen wir werden jetzt auf den shop gehen leider konnten wir die dinge jetzt noch nicht verkaufen die kuh abs deswegen werden wir die jetzt immer wieder kurz rüber traden so wie ist er denn da ist er so ähm du kriegst das du kriegst das du kriegst das du kriegst das dafür kriegst du das und das wir tauschen jetzt zwei ja gut zweieinhalb milliarde gegen so ein bisschen scheiße schlechtesten schlechtesten tausch ever weil du musst dich denn nicht noch mal bestätigen egal ich bringe das mal ganz kurz ins lager und dann schaue ich auch mal ob ich genug petfutter nein oder doch eventuell es könnte eng werden für das eck ich schalte mal eben ganz kurz um so werden jetzt ganz kurz mal das eck abholen wobei ne ne wir müssen ja dafür kein blinkring verschwenden freunde hier wird doch nichts verschwendet können uns mal eben buffen hier wir haben noch quick step max max maximilian jetzt geht es wieder los freunde ja schauen wir mal hier dann haben wir noch pet food sollte eigentlich für ein einzelnes eck noch ausreichen zack 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 ich fand das früher mal sogar weil ein eck zu haben war früher extremst was besonderes überhaupt ein pet zu haben auch die animation dass es so rum springt hätte man also früher haben die echt noch wirklich extremst mühe in die entwicklung gesteckt ich meine das hat mittlerweile hat das wie gesagt aufgegeben es reicht nicht es reicht richtig knapp nicht boah ist das ärgerlich das ist so ärgerlich dass das echt nicht ausreicht na egal wir können kurz noch mal schauen und zwar habe ich wieder was verkauft habe kann ich euch ja ganz kurz noch mal einen einblick gewähren wie ich das derzeit die letzte tage so mache seht das wurde zum beispiel nicht verkauft dafür wurden die beiden sachen verkauft so das schild werde ich jetzt gleich noch mal reintun jetzt holen wir erstmal die sachen raus zack wir sehen wir haben gute 10 mio gewinn gemacht und das mal ungefähr 6 7 chars kommt immer einiges zusammen jetzt mache ich das so jetzt gehe ich hier wieder rein guck kurz was eine light 4 prozent derzeit wert ist ich glaube ganz so viel jetzt auch nicht mehr boah gute 10 mio werden wir dafür wahrscheinlich noch kriegen so das ist jetzt wieder 10 mio die packen wir jetzt mal wieder für so und so viel rein und dann haben wir noch alex boots mail kosten alex boots gerade so 5 mio werden sie auch für 2.09 reinpacken so und wenn wir das alles verkauft haben dann sind wir wieder 15 millionen und so mache ich das immer auf jedem charme ich habe ja ein paar ihr seht da sind noch einige sachen hier am start water noch nicht ok haben wir irgendeinen schrott vielleicht den wir rausnehmen können ja die ist sowieso nichts wert da könnte ich die waters reinpacken so können wir kurz auf den ranger gucken der hat schon wieder eine freundschaftsanfrage so ob der auch noch was am start hat er hat auch wieder cash gemacht ihr seht er hat 60 mio gemacht diesmal zack zack so so und so 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 und jetzt haben wir hier ein beat of wind schauen wir was das wert ist die liegen derzeit bei 3,9 mio packen wir sie auch rein weil beat of wind sind die einzigen beats die tatsächlich etwas wert sind so das war es eigentlich mehr brauchen wir mit hals und eigentlich gar nicht reinpacken weil er glaube ich eh nicht so viel sachen noch hat red drop vielleicht die können wir bald noch reinpacken so hallo so können gucken ob wir vorverkaufen können einmal pink äh red und pink red cotton red cotton candy 50.000 nur lol naja so wenig verkaufe ich die nicht und vor wurde keine gefunden wir packen die jetzt hier für 999k rein sind auch 2 mio die behalten wir da erstmal selber die können wir eventuell nächstes mal benutzen für die pink roaches weil 150 dev sind schon etwas äh sind schon hausnummer zusätzlich nehmen wir nächstes mal noch die ballhamster mit weil die kriegen wir eh nicht verkauft dann werden wir uns nächste mal nämlich richtig voll dopen und dann werden wir nochmal diese dinge abprobieren freunde diese äh queen dass wir die quest dann fertig bekommen ich würde sagen das soll es dann erstmal für diese aufnahme in dieser woche wieder gewesen sein ich bedanke mich wirklich wieder recht herzlich fürs zuschauen und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr in der nächsten aufnahme wieder dabei seid freunde wenn es wieder heißt hikes und ist mal wieder am start mit einer neuen runde bis dahin leute macht's gut haut rein bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin